Best for Soil – Solarisation, praktische Information Hallo, mein Name ist Miguel und ich arbeite in Almeria im Süden Spaniens. Hier wird die Solarisation häufig eingesetzt und in diesem Best for Soil-Video erfahren Sie, wie und unter welchen Bedingungen diese Methode funktioniert. Die Bodensolarisation ist eine Bodendesinfektionsmethode zur Bekämpfung von Krankheiten. Als solches zielt sie darauf ab, das im Boden vorhandene Ausgangsmaterial für Krankheiten vor dem Pflanzen zu reduzieren. Das Endziel ist es, eine Reduzierung der Krankheit auf ein wirtschaftlich erträgliches Maß für mindestens eine Saison zu erreichen. Bei der Bodensolarisierung wird der ausreichend angefeuchtete Boden in der Jahreszeit mit den höchsten Temperaturen und Sonneneinstrahlung, dem Sommer, für mindestens vier Wochen mit einer transparenten und dünnen Folie aus Polyethylen oder einem speziellen Kunststoff bedeckt. Diese Bedingungen sind für eine erfolgreiche Solarisation von entscheidender Bedeutung. Daher ist diese Technik nicht für alle Regionen in Europa geeignet. Die Solarisation kann in Gebieten mit mediterranem Klima, d.h. mit sonnigen und heißen Sommern, gut funktionieren, wobei die Zeit von Juni bis August die beste Zeit für eine gute Solarisation darstellt. Das steigende Interesse an der Solarisierung begann, als Landwirte und Gärtner bemerkten, dass mit Plastik gemulchte Böden höhere Temperaturen erreichen als nicht gemulchte. Sie fragten sich, ob dieser Temperaturanstieg ausreichen könnte, um im Boden vorkommende Krankheitserreger, insbesondere in intensiv kultivierten Böden, zu bekämpfen. Zu diesem Zweck wurden Bedingungen nahe einer Pasteurisierung geschaffen, indem die oberen Schichten des Bodens durchnässt und mit Sonnenstrahlung erwärmt wurden. Das im Sommer in solarisierten Böden im Mittelmeerraum erreichte Temperaturniveau kann für die meisten pflanzenpathogenen bodengebundenen Nematoden und Pilze tödlich sein. Spitzentemperaturen von über 45 Grad Celsius werden in 20 Zentimeter Tiefe erreicht, in der die meisten Krankheitserreger leben. Somit kann mit dieser Methode das Ausgangsniveau in Böden durch thermische Inaktivierung von Krankheitserregern gesenkt werden. Der tödliche Effekt durch den Temperaturanstieg bei der Solarisation kann mit organischen Zusätzen kombiniert werden. Dies wird als Biosolarisation bezeichnet und impliziert die Zugabe von organischem Material in den Boden, bevor Wasser hinzugefügt und mit Plastikmulch bedeckt wird. Bei der Biosolarisation werden die Vorteile der Solarisation mit denen des Abbaus organischer Substanzen kombiniert. Das heißt, die Produktion von für krankheitserriger tödlichen biologischen Verbindungen, die Zunahme nicht pathogener mikrobieller Konzentrationen und andere Verbesserungen im Zusammenhang mit der Bodengesundheit und Düngung. Die Vorteile der Solarisation sind in Kombination mit organischen Zusätzen grösser. Tiermist, Gründünger, Ernterückstände oder Biofumikationspflanzen können als organische Ausgangsstoffe verwendet werden. Es gibt viele Beispiele für eine wirksame Bekämpfung von bodenbürtigen Schaderregern mit Biosolarisation und Solarisation. Nematoden und Pilze wurden ausführlich in Labor- und Feldversuchen untersucht. Einige Beispiele sind pathogene Fusarien der Nelke, Melone, Tomate oder Gurke sowie Phytoftora Capsici und Phytoftora Parasitica. Meloedogyne Incognita, Meloedogyne Javanica, Verticillium Dalie, Rhizochtonia Solani, Byrhenocheta Lycopersici oder Pratylenchus Tornei. Witten und die Wasser 있는데요. Vielen Dank.